So, hallo, willkommen zu einer kleinen Sondervolge von Portal 2. Ich versuche hier gerade so ein, zwei Erfolge nachzuholen. Und ja, vielleicht interessiert es euch und schauen wir mal, ob es funktioniert. Wir sind hier in Kammer 6 und redet die mir dazwischen. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ja, also wie gesagt, wir sind in Kammer 6 und hier in dieser Kammer kann man zwei Erfolge machen. Der erste wäre, nimmt sich das Portal, äh, dieses Turret und stellt es auf die Katapultplattform. Dann kriegt man den Erfolg, alle Portale fliegen hoch. Der zweite Erfolg, den ich jetzt versuche, ist dieses mit dem vermissten Signal. Das heißt, ich muss erstmal da runter. Du musst dieses Radio mitnehmen. Du musst nicht mit dem Müll testen, es ist nur Müll. So. Drück den Knopf nochmal. Ne, mach ich nicht gleich. So, jetzt, ähm, das war ein Portal hier und dann jetzt ein Portal da. Jetzt nehmen wir uns das Radio wieder und springen nochmal eine Runde. Wenn es funktioniert, sollten wir gleich da oben irgendwo rauskommen. Da ist die Kammer, die ich rein will und... Ja, wir sind da. Ach, da ist es. Errungenschaft freigeschaltet, Geheimzeichen. So, das war der erste Erfolg. Wir sehen uns gleich zu dem zweiten Erfolg in Kammer 10. Bis denn. So, da sind wir wieder in Kammer 10. Diesmal versuchen wir die Kammer in unter 70 Sekunden abzuschließen. Also, nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen weniger rede. Ich muss mich etwas konzentrieren. Und da rüber. Gut, wir füren rüber. Da wieder runter springen. Nicht in selbe Portal direkt reinspringen, sonst fliegt man direkt wieder rüber. So, jetzt sind wir hier. Da hoch. Ich bin, glaube ich, so zu langsam. Naja, mal abwarten, ob es noch was wird. Los, los, los. So, jetzt kommt der Wirwellose. Den fangen wir gleich ab, wenn er kommt. Schmeißen ihn da rüber. Durchs Portal. Und nochmal hoch. Jetzt kommt es drauf an, ob es klappt. Rüber. Und... Ha, ha, ha. Noch geschafft. Sehr schön. So, das war es dann. Wir sehen uns dann wieder zum regulären Ratspray. Tschö, tschö. Und das war es dann. Weiss. Wir vieimal arististologie. Und wir divergucken.